Herzlich Willkommen zurück bei MineCraft und jetzt laufen wir mal eben ganz schnell zurück nach Hause mit unserem Obsidian, das wir in der letzten Folge gefunden haben beziehungsweise abgebaut haben, weil wir gefunden haben es ja nicht, wir haben es ja mit Absicht gemacht Ne? Mal laufen wir jetzt mal eben schnell zurück und dann gucken wir mal ich glaub für den Enchantment her brauche ich noch ein Buch ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht sicher und ich weiß nicht genau wie ich ein Buch crafte, werden wir, werde ich jetzt so wohl gleich mal nachgucken müssen Irgendwie, mal Ich denke mal, dann brauche ich tatsächlich erstmal jetzt, fang ich dann jetzt erstmal an den Raum fürs Nether-Portal herzurichten und das Ja, ist hier drin, mir fällt nämlich gerade auf, dass wir die ganze Zeit Keys hatten Wir hätten hier ja nur hingehen müssen, ne? Wir hatten doch die ganze Zeit Keys hier überall rumfliegen in Massen, oder? Etwa nicht Oder doch, oder etwa nicht, oder doch, oder etwa nicht, oder doch, oder 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 nicht, oder zack, oder zack, oder keine Ahnung, was weiß ich, ich baue es auf jeden Fall ab, weil dann haben wir es und dann freuen wir uns dran, mehr habe ich jetzt nicht und deswegen muss ich jetzt nur mal eben schnell eine neue Schaufel holen. Und dann kann ich gleich mal eben ganz kurz das machen, was ich sowieso machen will, mal ganz kurz. Ey, machst du nur mal bitte auf. Ich möchte mal eben ganz kurz hier Stein nehmen, einen ganz schönen Stack möchte ich als Stein nehmen, das möchte ich umreinpacken und dann möchte ich mal eben stehen hier hingehen, das da rein tun, das da rein tun und dann möchte ich das da rein tun und das da rein tun und dann möchte ich hier hingehen und das da rausnehmen und das da rein tun und dann möchte ich das da, keine Ahnung, weiß ich noch nicht mehr. So, okay, ganz entspannt, dann möchte ich hier das Zeug rein tun und dann möchte ich mir ganz entspannt nochmal hier hingehen und mir ganz entspannt doch nochmal ein Eisen holen. So, und dann möchte ich ganz entspannt, ich sollte mal aufhören mit dem ganz entspannt, ich glaube das nervt euch. Ne, nervt sich, ja, ja, es nervt dich, kann ich verstehen. So, haben wir eben ganz schön eine neue Schaufel geholt und dann gehen wir mal schnell wieder, ganz ganz schnell wieder rüber. Würde ich mal so sagen, ganz ganz schnell und dann können wir hier ganz kurz weitermachen, weil ich möchte, dass wir auf jeden Fall abbauen. Ganz einfach aus dem Grunde, dass wir es bestimmt irgendwann brauchen werden, wenn wir es nicht haben, wenn wir furchtbar enttäuschen, dass wir es nicht abgebaut haben und ich rede viel zu schnell. Ich weiß gar nicht, wieso ich gerade zu schnell rede. Ich habe keine Ahnung, was ich ganz ehrlich erzählen, tatsächlich sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Habe ich jetzt, glaube ich, gerade schon zum dritten Mal gesagt. Egal, weiß ich nicht, keine Ahnung, nein, okay. Okay, ich sollte damit vielleicht aufhören, das kommt mir selber ein bisschen komisch vor. Und euch wahrscheinlich auch. Irgendwie. Vielleicht ist es auch ein bisschen verstörend. So, Tür ist kaputt. Ah, halt die Fresse. Eins habe ich mich gerade erschreckt. Heilige Kacke. Nochmal ganz kurz. Ich lasse die Tür nochmal so lange drin, dass das nicht nochmal passiert. Oh mein Gott, habe ich mich gerade erschreckt. Oh mein fucking Gott. So. Weit erstmal. Hier haben wir noch ein bisschen... Eisen, was wir natürlich selbstverständlich mitnehmen. Ähm, da lassen wir nochmal. Da ist blöd, das wegzunehmen, weil da ist ja Dings, ne. Okay, jetzt haben wir das hier ganz, ganz toll. Bla, bla, bla. Bam, bam. Mal mit mir schnell treppen, damit hier wer rauskommt, ne. Bitte. Danke. Und dann laufen wir mal ganz, ganz schnell rüber. Und dann packen wir mal eben... Hör ich das? Ich glaube, zur Erde habe ich das mal mit reingelegt, ne. So, das schöne, ganz, ganz viele Kies da mal mit hin. Und denken und so, 16 Steine sind schon fertig. Du kannst hier ein bisschen Eisen backen. Und ich habe sogar gerade noch ein Stack Kies entdeckt. Das freut mich, dass wir jetzt gerade so viel Kies haben. Muss ich ja ganz ehrlich gestehen, dass mich das sehr, sehr freut. Und dann laufen wir mal eben rüber. Und dann, ey, hör doch mal auf damit. So. Fangen wir hiermit mal eben ganz kurz an. Ähm, auf der Höhe brauche ich das. Okay. Ähm, machen wir es da. Gut. Da baue ich jetzt gerade mal kurz ein bisschen steinsparend. Erstmal möchte ich ja nur, dass es von innen schön aussieht. So. Okay. Haben wir da ein bisschen mehr noch an, äh, Zeug. Halt. Erde da. Zack. Sieben Kies können wir wieder reinpacken. Da muss ich mich einmal ganz kurz kratzen. Und dann haben wir hier vier. Und dann können wir vier Stück neu reinpacken. Können wir hier Hälfte mal von abnehmen. Und die Hälfte mal hier mit reinpacken zum Rennen. Haben wir wieder neun Steine. Und dann können wir nochmal in die Erde gehen. Und Erde nochmal reinpacken. Und dann... Alter, Mann. Manchmal sind die Türen scheiße. Ich mache jetzt immer hinter mir die Türen zu. Ich habe jetzt Paranoia davon gerade bekommen. Ich werde nie wieder klar denken können. Mein Leben ist traumatisiert. Kann ich eigentlich auch schon mal anfangen. Hier mal eben ganz kurz höher zu bauen. Weil das muss leider sein. Das höher bauen. So. Dieser Raum hier wird ganz, ganz toll. Ja. Ganz, ganz toll. Äh. Machen wir mal so. Hier hinter... Hören wir jetzt einfach mal. Machen wir mal so, dass hier keiner nichts dran spawnen kann. Bla, blü, bla, 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 bla. Anstatt, dass hier einfach eine Fackel reinhängt. Nein. Ich muss das hier total unscheiße zubauen. So. Da. Zack. Ich möchte nämlich ganz gerne, dass hier irgendwie dann... Zack. 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 Eins. Zwei. Drei. Machen wir die Decke einfach nochmal so zwei weiter höher. Passt schon. Weil hier soll am Ende das Enderportal reinkommen. Hier soll's rein. Habe ich mir so gedacht, weil der Raum steht eh leer und dann können wir hier eigentlich auch das Enderportal reinpacken. Das ist ja dann nicht so das Problem, oder? Wenn das sowieso leer steht, haben wir zumindest eine Verwendung dafür. Oder... Und da hab ich grad so dumm wie ich bin ein Loch reingehauen, obwohl ich das gar nicht wollte. Okay. Dann laufe ich mir eben ganz schnell rüber. Und werde das mal eben ganz schnell hier alles Erde einmal zack und Stein einmal zack. Und dann möchte ich hier 13 rausholen und hier nochmal 13. So. Und dann kann ich mir eben ganz kurz rüber laufen. Oh, dann müssen wir noch mehr Koppel. Zack. So. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Ähm. Warte mal. Daniel kommt später noch was anderes. Nee, das ist blöd. Ich möchte ja... Ja, wir machen das so. Ja, machen wir. Joa. So. Ich hab... Glaub ich noch kein Feuerzeug. Werden aber jetzt gerade mal ganz kurz eine... Ganz, ganz tolle Anschaffung. Hier möchte ich auch noch was hintersetzen. Deswegen mach ich das jetzt einmal ganz schnell weg. So. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eben ganz schnell ein Feuerzeug. Dazu brauche ich einmal Flint und einmal Isen. Da ist Isen. Da. Zack. Und zack. Und äh... Zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und zack. Und dann haben wir jetzt ein ganz neues Feuerzeug, womit wir einmal ganz schnell in die Hölle gehen können. Woher kommst du denn jetzt? Was bist du denn für den Arsch? Bist du etwa... Da wolltest du explodieren. Hast es aber nicht geschafft. So, dann zünden wir das mal ganz kurz an. Und dann würde ich sagen... Wagen wir einfach mal ganz kurz den Sprung in die Hölle. Und gucken einfach mal ganz kurz nach... Wo wir denn rauskommen. Die Landschaft wird heruntergeladen. Und dann herzlich willkommen in der Hölle. Wenn sie dann mal lädt. Hallo? Ich möchte nur mal ganz kurz hier rein. Okay. Die Hölle backt gerade ein bisschen. Aber... Ähm... Hallo? Hölle? Ah, okay. Goldnugget. Da haben wir einen. Wir haben sogar einen gekriegt. Okay. Ähm... Hier mal ganz kurz... Äh... Zack. Ähm... Optionen. Ist das hier drin? Ähm... 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 Irgendwie gab es hier so ein ganz, ganz tolles... Oh. Ähm... Nein. Menü. Modoption? Nee. Ich bin auch behindert. Wieso wäre ich mein Schwert denn dauernd weg? Hab ich es eingesammelt? Nein, mein Schwert ist weg. Oh Gott. Nämlich halt das. Hm. Oh mein Gott. Hier ist gleich ein Tempel. Ey, wie stark ist das denn gerade? Das ist ja mal der Hammer, dass hier gleich ein Tempel ist. Nur mal kurz rein gucken. Die ist an Feuerzeug, oh mein Gott. Ich nimm die Kiste mit. Okay, mehr tue ich aber auch noch nicht drin. Ich hab nämlich Angst, dass ich nämlich gleich verrecke sonst. Weil ich zu doof bin zum Zocken. Und genau dort möchte ich ganz gerne nach oben. Aber ich habe leider nicht genug Steine dafür mit. Weil ich nicht so richtig gerade geplant hatte, das jetzt noch zu machen in dieser Folge. Eigentlich wollte ich nur kurz nachgucken, ob denn alles funktioniert. Aber... Anscheinend müssen wir diese Folge das wohl doch noch machen. Und ich höre, glaube ich, gerade einen Ghast. So, die tun ja nichts, die Pigments. Ich mach mal einen Stack von den Steinen und dann... 60 haben wir jetzt. Okay, 64, ein Stack. Haben wir jetzt hier Glowstone. Ich möchte nämlich Glowstone haben für das Portal. Um das dann noch ein bisschen schöner auszuleuchten. Weißt du? Gott. Und deswegen muss ich leider Glowstone abbauen. Und dazu muss man in die Hölle und... Ich bin in der Hölle und jetzt baue ich gerade Glowstone ab. So. Ich mach einfach mal nur... Ich mach jetzt gerade hier nur mal so viel wie möglich ab. Das heißt... Okay, es scheint vorbei zu sein. Glowstone abzubauen. Okay. Gut, gehen wir erstmal wieder runter. Mehr brauche ich auch erstmal eigentlich nicht. Dann kann das so noch ein bisschen Licht machen. So ganz toll, wie das Zeug ist. So, warte mal. Wir können doch bestimmt so schon Glowstone machen. Na ja. Was haben wir? Zwei. Zwei. Drei. Vier. Sechs. Nein. Eins. Zwei. Drei. Vier. Das wird das. Haben wir hier noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs noch. Ich glaub zehn Stück sind das, die ich brauch. Bin mir gerade absolut nicht sicher. Ich werd mir in der Hölle bestimmt auch noch irgendwie so ein kleines Haus bauen. Oder würde ich sagen... Geh mir tatsächlich in der nächsten Folge einfach mal in den Tempel rein. Denk ich mal. Dass ich das wohl tun werde. Okay, ich kann da tatsächlich... Okay. Und ich habe gerade mein kaputtes Schwert wieder gefunden. Sehr schön. Ähm, ich muss einmal ganz kurz hier leider draußen abbauen. Es tut mir ja sehr leid. Es liegt daran, dass ich hier noch einmal ganz kurz hinter gehen möchte. So. Und dann können wir erstmal wieder... Okay, das mach ich dann gleich noch. Und dann kann ich jetzt nämlich... Mein Vorhaben, was ich nämlich hatte, da ganz gut machen. Weil ich das einfach... Ich find das einfach... Okay, da oben ist das gerade leider aus irgendeinem Grund verschwunden. Ähm. Okay. Was ist denn da oben los? Was ist denn hier los? Ist hier irgendwie was... Ganz tolles. Was hier sein muss. Irgendwie. Warum das da jetzt nicht geht. Nein. Da geht kein Kloszorn hin. Okay, dann kümmere ich mich um das Problem auf jeden Fall später. Denn diese Folge ist jetzt vorbei. Und ich weiß noch nicht, ob ich heute noch eine aufnehme. Ich glaube... Eher nicht tatsächlich. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Von Let's Play Minecraft. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.